Eigentlich wollte ich ja 9S finden, aber okay. Das hat sich jetzt gerade so ergeben, das werde ich jetzt einfach mal nebenbei tuten tun. Ja, ja, ja. Habt euch auch lieb, meine Freunde. So, wie war das nochmal? Okay, wir müssen erst oben lang. Erstmal kurz einsammeln, kann nie schaden. Da oben, die bewachen wieder den nicht existenten Schatz, das ist ganz toll von denen. Dafür, aua, ein fettem Respekt. So, das war wieder der Einsamme. Was willst du? Aufs Maul willst du? Kannst du gerne haben. So. Falscher Knopf, warte mal. Ah, das geht jetzt nicht. Okay. Wir wechseln mal kurz. Pod-Programm. Du kriegst jetzt auch mal eben den Scanner. Falscher Knopf, warte mal. Was sollt ihr auf einmal hier? Wo kommt ihr mal her? Hier muss ich irgendwo. Ein Schatz sein. Wir gehen mal uns hier oben umgucken. Analyse. Diesen Teil gehört zu einer Maschinen-Lifeform. Das ist eigentlich ein Schatz. Während in Value, es kann mit dem supposeden Schatz des Forged Kingdoms verhängt werden. Proposal. Es sollte für Sicherheit gehalten werden. Alles klar. Deswegen durften wir es nicht mitnehmen. Es war extra für diese Quest. Aufbewahrt. Boah, ist das doof, ey. Ich glaube, wir hätten die Quest einfach sofort annehmen können. Nein. Komm, sterbt einfach da vorne. Das Gute ist, ich brauche nie wieder den Knopf für das Einsammeln drücken. Das ist toll. Und jetzt strümen wir einfach durch. Wir wissen, da oben ist ja... Haben wir jetzt, glaube ich, alles gesammelt, ne? Ja, ja, ja. Ist euer König nicht längst tot, weil er in seiner Krippe ermordet wurde? Neue Stufe. Voll geil. Halt. Erst noch einsammeln. Wir laufen einfach mal in die Richtung und töten einfach jeden, der aufblöppt. Oh, er durfte einmal draufhauen. Jetzt ist er ganz stolz wie Oskar. Das kann er jetzt... Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Dinger waren. Ist zwar erst eine Woche vielleicht her, dass ich das gespielt habe, aber... Puh. Ich habe alles wieder vergessen. Wie viele waren das überhaupt? Drei oder vier? Na, kommt schon. Ihre Depots. Ah, ihr seid so mächtige Krieger. Ja, ich zittere vor Eierfurcht. Ich hoffe, man merkt es. Nein, da ist der schon wieder. Äh. Ich hasse dieses Teil. Das Gute ist, sie greift den hinterher an. Das ging jetzt schnell, erstaunlicherweise. Finde ich super. Finde ich super. Richtig, richtig super. Oh nein, Überraschungsangriff. Oh, meine. Boah, ich habe Angst. Okay, wir müssen nochmal nach unten. Warte mal, ich gehe auch viel zu weit nach unten, wenn ich jetzt da hergehe. Warte mal, das muss irgendwie anders gehen. Können auch bestimmt hier irgendwo nach unten klettern, oder? Ja, hier. Das habe ich nie gemacht. Das ist ja unverzeihlich. Das habe ich beim ersten Mal nicht gemacht, wo ich hier war. Das ist wieder mal Erz. Okay, jetzt komme ich da nicht durch. Soll ich denn auf die andere Seite kommen, verdammt? Ah, hier. Nicht gesehen. Hallo, lass los. Ah. Schnauze. Schnauze. Ihr habt ja nichts mehr zu melden. So, wir drehen jetzt mal alle um. Ah, das ist doch einer. Mein Beileid, mein Kleiner. So. Hat sich ja voll gelohnt. Dass wir hier so viel übersehen haben am letzten Mal, das ist ja traurig. Aber egal. Na, hier haben wir was gefunden. Golderz. Nice. Okay, da komme ich nicht durch. Okay, ich muss das Ding weiterziehen. Geht schieben schneller? Ja, unheimlich. Ach ja. Gut, dass wir da einen Erz nicht dabei hätten, äh, haben. Der hätte uns einfach nur zugeguckt, wie wir hier und so, ne? Man kennt das Spiel ja schon. Hallo? Ich will doch nur wieder da raus. So, geht doch. Okay, das haben wir. Ähm. Jetzt gehen wir nochmal nach unten. Ah. Adler-Eier erhalten. Ernsthaft? Das wird ein Scanner. Das ist echt praktisch. Pilz. Sehr gut. Pilz kann ich gebrauchen. So, wir hüppeln einfach mal. Mal schauen. Hier ist sonst nichts. Ach, wir sind wieder im Eingangsbereich. Okay, alles klar. Mein Fehler. Okay, jetzt müssen wir nochmal da hoch. Aber da fehlt doch noch ein bisschen was. Da war ja noch mehr, was wir noch nicht haben, einsammeln können. Verdammt. Spiel, was machst du denn mit mir? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Aha, einfach mal eingesammelt. Nice. So, wir müssen nochmal nach unten. Da war ja noch ein kleiner Durchgang. Nein. Pfui. Hier geht's nur hoch. Und hier war... Da war nichts mehr drunter. Okay. Ei, ei, ei. Erstmal alles an Schätzchen finden, ey. Wir sind alle auf der Bahn. Wow. Ah, hier kommen wir nach draußen. Keyhole detected. A corresponding key will likely be required. Hm. Makes sense. Keyhole detected. A corresponding key. Makes sense. Ja, es macht irgendwie Sinn. Okay. Da haben wir noch keinen passenden Schlüssel für. Aber jetzt müssen wir wieder hinkommen. Interessant. Und hier also. Cool, cool, cool. Da an die Seite komme ich immer noch nicht ran. Das ärgert mich. Das nervt mich. Ich will dieses verdammte Item haben. Da. Wir gehen mal nach oben. Und gucken, ob wir da irgendwo runter können. Okay, sieht schon mal nicht so aus. Wir können auch weiter nach oben. Okay, das war das hier mit dem Runterfallen. Ich erinnere mich wieder. Erstmal links rum. Analyse. Diese Partie gehört zu einer Maschinen-Lieftform. Also ist es Schrank, basically. Während in Value lacking. Es kann sich mit dem supposeden Schatz des Forgest Kingdoms verhängt werden. Proposal. Es sollte für eine Sicherheit gehalten werden. Alles klar. Wird gemacht, mein kleiner Potti. So, bevor wir unseren Wilch fortsetzen, möchte ich mal kurz was ausprobieren. Kann ich an die Leiter springen? Anscheinend nein. Ah, ätzend, ey. Ich will da oben rein. Ah, so war das. Ich erinnere mich. Ich bin jetzt oben rein. Meins? Ich erinnere mich. Eine Kiste, die ich nicht öffnen darf. Da müsste jetzt gleich wieder... Oh, du König. Oh, ganz vergessen. Ich will dich tot sehen, Mann. Das ist eh ein Drecksviel. Ich hasse diese Teile. Ist doch nicht wahr. Der zwingt mich dazu, das einzusetzen. Nein, S, wo bist du? Alter. Dummes Drecksviel, ey. Ich hasse diese Teile. Nein, runter. Oh, das muss ich wieder rausziehen. Sonst komme ich nicht zum Schmied. Zu unserem kleinen, schmiedigen Freund. Oh, zieh, zieh. Sehr gut. Hallo, mein Freund. Wir sitzen hier Gegenstände, die ihr zur Verbesserung gesucht. Ja, zeichne mal erst mal her. Ah, hier kommen wir... Schwertüge. Schwertüge. Ui, macht aber einen fetten Sprung nach oben. Macht einen riesigen, fetten Sprung nach oben. Meine Güte, Alter. Nett. Neues hat er nicht. Okay, alles klar. Eine Waffe ist der Spiegel zum eigenen Herzen. Man muss sie gut behandeln. Da gebe ich dir recht. So, mal gucken wir mal kurz, ne? Waffen... Waffenzelt. Haben wir doch bestimmt inzwischen was Besseres, oder? Der ist natürlich nicht besser. Der auch nicht. Macht maximal mehr. Ist aber auch so deutlich schwächer. Schwert Typ 3. Tugend, da haben wir drin. Okay, da haben wir erst mal nichts für uns. Dann machen wir hier vielleicht was Besseres. Große. Zwillingszahn haben wir drin. Ja, der macht weniger Damage, aber maximal auch mehr. Bäh. Die beide nicht so... Ja, da habe ich ja nur bloße Faust. Okay. Okay. Leider aktuell... Die beiden neuen Teile sind zwar stark, aber können auch failen. Gucken wir mal ganz realistisch. Gucken wir mal kurz hier rein. So. So. This part belongs to a machine life form. Mhm. So it's junk, basically. While linking in the proposal. Ja. Machine life form parts can be assembled in some fashion. Okay. Processing. Processing. Mhm. Processing complete. Machine life form parts can be assembled into a heap. Ah, come a. Hypothesis. The heap belongs to a door, lead to what appears to be a library. Marking location on man. A library? Must be that long, narrow room. Ja. Ach, was für ein Zufall. Es passt zufällig da und dazu. Wow. Ich will trotzdem einmal in die Babykammer. Ich möchte an den Ort, wo wir den König haben töten lassen. Von A2. Oder A2. Wie auch immer. Dauert nur ein paar Stunden. Mit dem Schieben hier. Ah, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Und dann können wir zurück sprinten. Also einfach runter... Runterspringen? Nein, wir springen noch nicht runter. Wir gehen über die Brücke zurück und so weiter. Bla, bla, bla. Aber das muss reichen. Können gleich... Okay. Hier hätten wir uns auch hin teleportieren können. Keine Wachen. Ist aber komisch. Ich meine... Ist doch... Golderz. Hier ist doch der tote König. Das Baby. Müsste irgendwo da hinten in der... ...in dem Hintergrund liegen. Aufgespießt von einem mächtigen Schwert. Einer Yoha-Einheit. Mörderin. Deserteurin. Wahrscheinlich, weil sie die Wahrheit herausgefunden hat. Vermute ich einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Na. Wir müssen nach unten. Zu dem Kaputten. Ja. Da sind wir. Da oben kann ich immer noch nicht hin. Ärgert mich immer noch. Aber egal. Yeah. Da wartet ein Gegner auf uns. Und wir sind alleine. Immer noch. Ach, weck mich. Okay. The King protect the grave of the king. Intruder. Detected. Immunate. Intruder. Immunate. Au! Okay, ja. Wenn du deinen König beschützen willst, das Grab deines Königs, dann gib dir Mühe. Müssen wir von hinten angreifen, weil er sein Schild scheint ja wohl sehr zu mögen. Den wird er wohl nicht so einfach loslassen. Okay, da müssen wir taktisch kämpfen, das ist auch mal was Neues. Na, komm schon. Den kriegen wir down, auch ohne 9S. Ich wüsste mal zu gerne, wo der überhaupt ist. Ich hab nämlich keine Ahnung. Ich hab ihn da noch nicht gefunden, offensichtlich, ne? Na, komm. Wir haben ihn gleich down, wir haben ihn gleich down. Ich hab jetzt einfach mal so geschnitten, weil es mir doch ein bisschen auf den Piss ging. Ah, Mann. Ich musste mich tatsächlich einmal richtig ernsthaft hochheilen. So, erledigt. Wichser. Defekter Schaltkreis erhalten, sehr schön. So, dann kommen wir jetzt erstmal hier. Meins. Was ist das? Ein Grabstein. Ein Grabstein. Es redet, hier liegt der König unserer Forrest. Alert. Storragmedia gefunden. Digitisation und Schrauben komplett. Archivverhalten, Brief an den Waldkönig. Ist das der Schraub? Okay. Interessant. Auch mit der Riesenmaschine, die hier einfach als Grabstätte steht. Zeig mal kurz die Map. Ja, genau. Scroll einfach sonst wohin. Honk. Schatzsuche in der Burg. Okay, was ist da nochmal? Nach und Finder, alles klar. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück, ne? Haben wir den Pseudo-Schatz gefunden. Jetzt wissen wir auch endlich, was es mit diesen Maschinenteilen auf sich hatte, die wir nicht benutzen durften, einsammeln durften. Das ist ja nur Schrott, das lässt sich aber mal liegen. Doofe Einstellung. Sollte immer alles mitnehmen, was man kriegt. Oh, ich will hier runter. Ich will hier nämlich raus. Wäre es sinnvoll, einfach zu ballern? Ich glaube, wir haben alles getötet, dass wir töten konnten. Da oben, die leben noch, aber ganz ehrlich, die sind mir egal. Sind es nicht wert, dass wir sie noch abschlachten? Und die haben ja eh nichts für uns. Da ist eh nur eine leere Kiste und das passt schon. Da unten war nur das, okay. Und gleich sind wir raus und glücklich und zufrieden. Yay! Einmal kurz meins. Und dann können wir dem seltsam sprechenden Maschinenwesen erstmal Bescheid geben. Und wir müssen immer noch 9S finden. Ich bin schon versucht, einfach nachzugucken, nachzugoogeln, wo ich den überhaupt finden kann, den guten. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wenn ich ganz ehrlich bin. Da wollen wir den Scanner laufen, ne? Scanner ist aber ganz toll. Oh, verirrt's. Na, ihr alten Säue. Hi. Ach, hallo. Ihr habt die Aufzeichnung des Waldkönigs gefunden. Puh, klasse. Echt klasse. Und ich nehme an, ihr habt die kündliche Wache für mich besiegt. Puh, danke. Denn ich kann nicht gut reden, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Und alle anderen sprechen nicht viel mit mir. Und wen kümmert schon dieses Waldkönigreich? Und was glaubt dieser blöde König eigentlich, wer er ist? Und die sind zum Glück jetzt tot. Haha, also danke nochmal, dass ihr diese Typen ganz tot gemacht habt. Denn sie waren nur Deppen. Und wer interessiert sich schon für sie? Und hier, nehmt dies für eure Mühen. Äh, großes Ei 3. Aha. Moldavie 2. Große Erholungen. Geil. 10.000 Gold und 1.280 Erfahrungen. Danke. Denn sie haben es verdient. 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 Sie haben es... Äh... Das ist ein bisschen hyperaktiv, ne? ADS. Schatzsuch in der Burg abgeschlossen. Und sie haben es verdient. Ja. Ich glaub, du hast es auch verdient. Honk, ey. War ein bisschen merkwürdig, der Gute. So. Denn er hat es verdient. Er hat es verdient. Er hat es einfach verdient. Nur weil er einen Sprachfehler hat, wurde er wohl ausgeschlossen. Das hat ihn völlig krank im Kopf gemacht. Kranker Bastard. Ich weiß immer noch nicht, wo ich 9-Ass finde. Schade. Wir haben unseren einzigen besten Freund auf der Welt verloren. Ich will nur sagen, wir speichern erst mal. Halt. Was will ich denn hier? Äh... Wir speichern erst mal. Und werden dann die Aufnahme beenden. Und ich würde mal sagen... Ja. Ich guck einfach mal nach, wo ich 9-Ass finde. Dann geht das alles ein bisschen schneller vonstatten, ne? In dem Sinne. Achmediaci, meine Klammer-Kuronis. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann holen wir uns 9-Ass.